Hallo, grüßt euch zu einem neuen Bike-Build-Video hier auf meinem Channel. Heute schauen wir uns mal an. Ein paar Gedanken zum Thema Vario-Stütze, weil das Bike ja fast wieder komplett am Stück ist und wieder fertig ist. Da freue ich mich auch drauf, wenn das Bike zum ersten Mal ausgefahren werden darf. In den nächsten Tagen ist es soweit. Thema Sattelstütze und Thema Sattel sind so ganz einfache Geschichten oder irgendwie auch nicht. Aber ich habe ein paar Teile, die ich einfach super super gerne fahre und für die habe ich mich auch bei diesem Bike-Build-Thema ein ganz klein bisschen entschieden. Für all die, die in die Folge jetzt einsteigen, jetzt erst zur aktuellen Folge. Ich habe meine Playlist verlinkt oben in der Ecke, unten in der Beschreibung. Da könnt ihr alle Folgen zum Thema Bike-Build stark in Vierteljahres nochmal auschecken. Aber auch Abo da lassen, Like da lassen, da passt da auch keine spannenden weiteren Folgen mehr. Als Stütze wurde es, wen wundert, die auf dem Kanal schon länger folgen, wissen es, eine Reverb-Access oder eine Srem-Access-Sattelstütze ist ja einer meiner Lieblings-Vario-Stützen. Allerdings, wenn ihr nachher nach googelt oder den Link in der Beschreibung unten mal folgt, nicht erschrecken. Günstig ist anders. Leider. Hat ein paar Vorteile, wo ich einfach sagen muss, deswegen hole ich sie mir, ganz ganz ehrlich, weil es einfach dann schon Sinn macht, ein bisschen mehr auszugeben, auch zum Thema Nachhaltigkeit. Schauen wir uns aber gleich mal an. Zum Unboxing öffnen wir mal den kleinen Karton. Ein bisschen Handbuch und sonstiges Teile dabei. Alles gut. Und dann drunter haben wir unsere Vario-Stütze. So als Gedanken zum Unboxing hat auch so ein bisschen so ein Apple-Smartphone-Charme, diese Schachteln, weil die echt super hochwertig verarbeitet sind. Gut, für den Preis kann man es auch ein bisschen erwarten. Echt richtig cool. Was ein bisschen stört, das Thema Kunststoffverpackungen und diese Schäume, die hier drin sind. Klar, man muss es schützen irgendwie. Aber da gäst nicht auch eine Papierlösung, die ein bisschen ökologisch sinnvoller wäre. Nun gut, so ist es halt. Bei unserer Access-Sattelstütze, für all die, die im Thema nicht ganz so weit dran sind. Wir reden jetzt hier über eine Funksattelstütze, Elektronsattelstütze, wo wir keinen Bautenzug zum Lenker mehr brauchen. Ich fahre die jetzt mittlerweile seit, kann man bald sagen, drei Jahren, als sie rauskamen eigentlich, immer mal wieder. Und mit dem echt top zufrieden, kann ich also nichts anderes darüber sagen. Super zuverlässig. Und diese Funkübertragung ist mega zuverlässig und deswegen habe ich sie mir auch wieder hier gegönnt. Dabei haben wir auch diesen Trigger, wo wir dann quasi an den Lenker montieren dürfen. Das machen wir nachher auch gleich mal. Da haben wir jetzt hier unseren Trigger. Superschön verarbeitet. Also ich kann nicht meckern, das ist einfach richtig cool. Deswegen hole ich es mir halt auch immer noch. Und dann halt hier noch ein Ladegerät, wo man auch noch das Handbuch runterladen kann, den Akku dafür für unsere Wagerstütze und noch das kleine Zubehörteil zum Aufladen von der Stütze, also das USB-Ladekabel dafür. Und noch einen Schlüssel, den man im Wartungsfalle braucht, zum die Kappe unten runterdrehen. Um einfach den Luftdruck in der Stütze anzupassen. Out of the box, wie ich sie bekomme, hier ist alles fertig. Ich kann sie installieren. Auch die Kopplung zwischen Trigger und zwischen Wagerstütze ist komplett fertig. Also das passt soweit. Man kann einfach soweit loslegen. Zum Thema Größen. Ihr müsst halt schauen, was in euer Fahrrad reinpasst. Das Einfachste ist, wenn ihr euch ein Fahrrad holt, hat er bisher eine Bautenzugbetriebene Wagerstütze drin, dann nimmt er genau die gleiche auch wieder von der Hubhöhe. Weil der Hersteller überlegt schon irgendwie, was macht ein Hub Sinn für welches Fahrrad. Auch irgendwie logisch. Habt ihr noch keine drin, wollt einsteigen in das Thema und habt auch andere Rahmengeometrien, müsst ihr halt bitte gucken, was für eine Hublänge ihr braucht. In meinem Fall ist eine 150er. Macht für mich einfach den Sinn auf einem L-Rahmen. Geht richtig cool. Also ich muss da wirklich sagen, genau meine Geschichte, wo ich will. Und ich habe halt auch noch mit 150 nicht allzu arg Kräfte auf dem restlichen Rohrteil sitzen, weil ich ja wirklich nicht allzu viel da rausfahre von diesem Weg. Ich bin ja schon gefahren mit 170. Je nach Gradgeometrie macht es auch Sinn. In dem Fall wurde es eine 150er. Einige Durchmesser hier unten. Klar gibt es drei Durchmesser. Müsst ihr halt einfach mal ausmessen, was ihr für eine drin habt und dann einfach die passende bestellen und dann kann es auch schon losgehen. Ich redete vorher zum Thema Nachhaltigkeit noch ein, zwei Worte. Das ist auch ein bisschen wichtig. Also ich finde wirklich unheimlich schön, dass diese Sattelstützen wirklich wartungsfähig sind und auch wartbar sind und danach wieder laufen wie am ersten Tag. Das sind so ein paar Gedanken, die ich immer wieder mal habe. Hol ich mir jetzt eine günstige Sattelstütze. Gut, die kostet auch bloß ein Drittel. Dann habe ich eventuell kein Wartungskit verfügbar und ich muss sie halt einfach so nehmen, wie sie ist. Deswegen liebe ich es. Ich kann sie warten. Das Wartungskit kann ich bei Srem oder wie bei Srem üblich, bei Bremsen und Co. einfach mir kaufen, bestellen im Handel und diese Wartung selber durchführen. Mit der Wartung klein ein bisschen aufpassen. Da ist ein Druck drin. Das ist eine Gasdruckfeder vom Prinzip. Die hat einfach auch ein bisschen Rums. Da wirklich genau gucken, wie so ein Ablauf geht. Da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Verlinke ich euch gerade mal in der Ecke oben als unten in der Beschreibung. Da könnt ihr so eine Folge auch mal auschecken. Geht gut. Mit ein paar Teile dazu kann man diese Wartung super cool selber durchführen. Es ist eigentlich nur ein Bürostuhl auf dem Fahrrad. Also eine Gasdruckfeder, wo ich halt mit diesem Trigger. Genauso wie mein Bürostuhl, wenn ich unten auf den Hebel drücke, quasi entlasten. Ich fahre nach unten durch die Schwerkraft oder durch den draufsitzenden Menschen. Genauso funktioniert die schließlich auch. Also deswegen muss ja bloß der Hub nach oben gemacht werden. Der Hub nach unten mache ich durch Kraft, einfach durch Entriegeln. Zum Thema Sattel noch ein, zwei Worte, die ich ein bisschen darauf eingehen möchte. Wird auch wieder hier werden. SQLab-Sattel, weil ich sie einfach super cool und super gerne fahre und ich damit super cool klarkomme. Zum Sattel gehen wir nochmal eine separate Folge rein, weil das Thema ist viel komplexer, als es nur, das hier irgendwie in diese Folge mit reinzupacken. Deswegen gehen wir nochmal Sattel, machen wir nochmal separat. Zum Thema Access-Universum gibt es ja mittlerweile relativ viele Komponenten, weil es ja einfach bei SREM eine ganze Produktlinie geworden ist. Einmal Variostütze, Schaltwerke wie GX und die ganz, ganz hochwertigen. Aber auch Transmission gehört in diese Access-Familie hinein. Deswegen mittlerweile sind diese ganz Komponenten auch ein bisschen smart geworden. Jetzt mal keine Panik und nicht die Kommentare fluten. Ich habe keinen Bock auf eine App. Ihr könnt dieses Kit, so wie es ist, out of the box, einfach Akku reinmachen, losfahren. Alles schick und funktioniert. Ihr braucht keine App. Aber natürlich klar, wenn man sich überlegt, ich hole mir Komponenten jetzt in dieser Klasse und in diesem elektronischen Ausführung. Wenn man dann auf eine App keinen Bock hat, dann vielleicht auch überlegen, ob das Produkt für einen Sinn macht. Weil hier sind wir wirklich in einem Bereich von richtig coolen technologischen Produkten, wo auch eine App dazu gibt, wo man Einstellungen vornehmen kann. Das machen wir auch in einer separaten Folge, weil sonst wird das Video einfach viel zu lang, wie die Access-App aussieht. Vor allem auch zum Schaltwerk einstellen und auch zum Divide-Stütze koppeln. Man kann das ganze Fahrrad verheiraten quasi und und und. Da geht relativ viel. Das kann ich tun, muss ich nicht tun. Aber was ich tun muss in der App oftmals, ist gerade am Schaltwerk so Mikrosteps einstellen. Wenn ich vor allem halt auch mal eine Umrüstung gemacht habe, habe vielleicht auch schon mal Komponenten am Rad, wo ich nochmal nachstellen muss, dann kann man auch Mikrosteps noch einstellen, dass man da noch ein bisschen was nachjustieren kann. Ich habe selten gebraucht, ganz ehrlich. Das war eben dann der Fall, wenn ich oftmals alte Schaltwerke gerecycelt habe und an einem Fahrradgebot habe, dass einfach diese Schritte nicht mehr sauber gestimmt haben. Aber ich kann da über die Access-Komponenten eigentlich sonst nichts Negatives sagen. Die funktionieren bei mir richtig cool. Zum Thema Akku und Lebensdauer von so einem Akku oder Ladezyklen von so einem Akku. Bei mir halten die Akkus in der Vario-Stütze immer so circa drei bis vier Wochen oder umgerechnet auf Kilometer. Bei mir zwischen so 500 und 1000 Kilometer. Also das Thema Akku ist jetzt irgendwie kein Argument zu sagen, ja, das kann ich mir nicht nehmen, weil ich muss den Akku an Dauer nachladen. Nö, die halten bei mir ja rund drei bis vier Wochen. Allerdings denkt ein klein bisschen dran, dass ihr eventuell euch halt einen zweiten Akku hertut, dass ihr einfach wechseln könnt. Ich halte es mittlerweile so, ich wechsle die Akkus immer freitags aus. Ich habe die Akkus doppelt in der Garage, immer im Ladegerät zwei drin und sobald ich am Freitagmorgen losfahre, wechsle ich sowohl Schaltwerk als auch Vario-Stütze aus und dann habe ich immer jede Woche frische Akkus drin, dann langt es auf jeden Fall problemlos. So als Tipp von mir, da kann man das auch ein klein bisschen entschärfen, der Gedanke, ich habe einen Akku am Fahrrad, auf den ich aufpassen muss, aber es ist einfach so und das war für mich jetzt auch nie ein Grund, es irgendwie anders zu machen. Soweit mal zum theoretischen Teil von der Stütze, was alles so zu reden ist, vor allem auch kleine Erfahrungen von mir dazu. Und dann gehen wir uns einfach mal rüber ans Bike, bauen die Stütze einfach mal ein. Es ist wirklich einfach, weil es ist alles Funk und keine Kabel zu verziehen, keine Leitungen zu verziehen. Und deswegen bin ich auch ein Freund davon, noch abschließend, bevor ich rübergehe, kommen immer wieder Kommentare. Bei Access gibt es ja mittlerweile auch verkabelte Lösungen, weil Strom aus dem Bike genommen wird. Und genau da verliert Access seinen Charme für mich, weil ich einfach das schön finde, ich muss kein Kabel verziehen, ich muss keine Leitung durch den Rahmen ziehen, sondern ich kann einfach einbauen, loslegen und cool. Deswegen finde ich es auch super charmant, so wie die Lösung geht, dass sie so geht. Und da stecken wir uns einfach mal ein. Jetzt würde ich sagen, ab rüber zum Rad und dann bauen wir es einfach ein. So, der Einbau ist so simpel, wie es noch sein kann. Wir haben jetzt hier unten noch, wichtig, eine Linie dran, wo es auf jeden Fall in unsere Fahrrad quasi minimal eingeführt werden muss. Klar, dass die Stabilität noch stimmt. Also soweit muss sie auf jeden Fall rein. Es wäre jetzt eh bei einem L-Rahmen eh viel zu hoch. Also bei mir würde sie eh in dem Bereich landen. Ich habe ja genügend Hub, dass ich es auf meine Körpergröße einstellen kann. Noch eines, was ich immer super gerne mache, gerade bei Vario-Stützen und Teilen, die einfach festhalten sollen, aber auch wieder rausgehen sollen. Dann ein bisschen jetzt in dem Fall Montagepaste drauf. Und verteile die. A, ist da ein Fett drin, dass das Ganze geschützt wird, dass man es auch wieder später gescheit rausbekommt. Und in diesen Montagepasten, vor allem gerade in dieser, ist so ein kleiner Anteil Schleifpartikel drin, dass man einfach ein bisschen Grip bekommt und dass es dann noch hält. Also so eine Carbon-Montagepaste von TuneUp, verlinke ich euch gerade unten in der Beschreibung auch nochmal. Und dann bekomme ich sie auch nachher wieder raus und bekomme sie aber auch ein klein bisschen Grip rein, dass es einfach vernünftig hält. So. Merkt man auch, Philipp. Die Reibung von dieser Montagepaste macht ja aber auch Sinn. Ich kenne diesen Rahmen jetzt schon von diesem Fahrrad, deswegen spanne ich es jetzt mal ein, wie ich es so richtig halte. Wahrscheinlich so komme ich jetzt gut hin. Und dann den Schnellspanner einfach zumachen und das Thema ist soweit Geschichte. Ich lese immer wieder in vielen Kommentaren auch, ja, du musst jetzt auf jeden Fall hier eine sichere Schraube reinmachen, die keiner klauen kann. Ganz ehrlich, das Risikomanagement muss jeder selber entscheiden, wie er das machen möchte. Mir ist noch keiner geklaut worden im Schwarzwald. Hier ist natürlich aber auch das Risiko nicht wirklich hoch, dass es einer auch als solche erkennt. So. Den Akku einsetzen. Vielleicht ab Akku den vorher noch laden, das macht schon irgendwie Sinn. Und dann haben wir schon unsere Wahlstütze eigentlich soweit montiert. Noch einen Sattel drauf machen, das machen wir uns auch noch zusammen. Und dann gehen wir an den Lenker vor. Dann lass uns noch einen Sattel drauf montieren. Ich finde es eine, hier sind wir recht schön auf den Schrauben. Das Drehmoment, wo wir anziehen müssen, in dem Fall 12 Newtonmeter, wo wir nachher noch unsere Schraube quasi klemmen müssen, dass der Sattel auch sauber drauf sitzt. Später kommt der drauf und der SQ-Lab Sattel ist es gerade noch nicht, aber da machen wir nochmal eine separate Folgewegssack drüber. Sattelmontage ist super einfach. Nur beidseitig diese beiden Klemmbacken hier reinsetzen und dann einfach die Schraube wieder anziehen. Anziehen und Drehmoment, klar, machen wir auch noch gleich über das Thema Ergonomie. Da kümmern wir uns nochmal in separaten Folge, weil das ist glaube ich auch nochmal gar nicht so unwichtig. Wir haben noch eine zweite Schraube hier gerade an der Satzstütze von Axis oder von Reverb. Hier unten ist eine Schraube drin, die hier. Und über die kann ich meine Neigung von meinem Sattel verstellen. Das macht auch schon Sinn, dass wenn ich gerade einen Ergonomie-Sattel habe, dass ich wirklich gewisse Ausrichtungspunkte hinbekomme, so wie er nachher stehen soll. Und sobald ich jetzt das habe, dann ziehe ich die Schraube jetzt hier voll ganz an. Und noch auf meinen Drehmoment anziehen, in dem Fall ja auf diese 12 Newtonmeter. Okay, Sattel ist montiert, hebt soweit und jetzt können wir auch dann schon weitergehen an den Lenker nach vorne. So, am Lenker vorne angekommen, relativ einfach. Ich habe schon hier den Montagering von Lenker festgemacht, beim Montieren aller Komponenten. Und jetzt nehme ich noch meinen Trigger und schraube den hier einfach fest, was cool ist. Ich habe hier zwei Möglichkeiten zum Festschrauben mit zwei Schrauben. Also ich kann noch den Weg verstellen, je nachdem, wo ich ihn am Lenker brauche, von der Ergonomie her. So, gut an den Fest anziehen, nach Fest kommt ab, passt ein bisschen auf drauf. Und dann haben wir die Möglichkeit zum Testen, ob es auch schon funktioniert. Hört sich gut an. Und unsere Sattelstütze müsste jetzt auch ausfahren. Tja, perfekt funktioniert. Vor allem auch Knopf drücken, einfahren funktioniert genauso, wie es sein soll. Jetzt halt noch den Sattel wechseln auf den SQ-Lab. Machen wir eine separate Folge dazu. Und dann sehen wir uns hier am Projekt langsam in der Zielgeraden. Alles soweit cool. Und das coole Fahrrad darf in der Saison 24 von mir hier im Schwarzwald einfach cool ausgefahren werden. Ich freue mich richtig drauf. Soweit diese Folge. Lasst noch ein Abo da, lasst noch ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Tschau.